Die Forming, ein Lüter der 13 Jahre alt ist und hier präsentiert wird von Saskia Schneider auf der Zukunft von Ruth Aufmann und Mütters, ein paar mehrfacher Listensieger, war auch in der Zukunft, sie wird entwickelt aus Ebene, die auch deutlich unter den Schwerpunkten gehen bei guter Schulter Freiheit und da, wo es noch auch einige Züchter gibt, die sich mehr vielseitig als Pferde zu verschicken haben. Vielen Dank.